Hallöchen Leute, willkommen zurück hier bei Overcocked mit Fusselito und Gorilla in diesem tollen Burglevel. Ja, ich freu mir. Du, vielleicht könnten wir uns auch was zuwerfen. Der eine holt raus, der andere schneidet. Irgendwie so. Verstehst du? Das ist eine gute Idee, ja. Machen wir das doch. Ja. Und der, 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 der zuwirft, das ist halt der, der, der... Der kümmert sich auch um das Fleisch. Ja, alles klar. Die erste Welle ist, ich seh nix. Weißt du, was wir machen müssen? Noch nicht. Äh, Karotte. Hier. Und Kartoffel. Hier. Ja. Hab ich dir mal auf den Teller gelegt. In Huhn. Ja, hast du gut gemacht. Kannst du gleich da reinläugen, wo Huhn ist. Wir haben heute nur Huhn. Der nächste ist... Karotte, Möhre, Brokkoli. Karotte, Möhre, Brokkoli. Dann ist einer mit nur Möhre, Kartoffel. Den könnte ich eigentlich schon mal ausliefern. Kartoffel. Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Kannst du mir noch was zuwerfen? Na, 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 na. Ah, da musst du ein Fleisch rein. Ja. Da ist noch kein Fleisch drin. Brauchen noch mal ein Hähnchen? Ja. Übernimmst du jetzt die Ansage? Naja. Nur weil du nix mehr gesagt hast. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ach, hier. Schön abwerfen, den Gorilla. Weißt du, das ist das Beste, was passieren kann. Wir haben noch nicht mal 150 Punkte zum Freischaden. Kann das sein? Alter, hier fehlt doch noch was. Ja, ich weiß, dass hier noch was fehlt, aber ich musste den jetzt reparieren. Der war schon durch, ne? Ach, scheiße. Au dir mir eine Fresse, dem Typen. Bereite schon mal vor. Ja, danke. Ja, ich bin dabei. So, ich spüle mir mal einen. Hier sind aber auch wenig Teller, ne? Also, der Durchgang kostet 250 und der kostet 150. Bringt ja nix. So, ich bin bereit für Fleisch, Hähnchen, Kartoffel, Brokkoli. Ich brauche auch einen Brokkoli. Ich brauche nur einen Brokkoli. Ja, ist ja hier. Danke. Zweimal nur Möhre, Kartoffel. Ich habe schon ganz viel. Ich brauche nur Brokkoli erstmal. Noch mehr Brokkoli? Ich habe dir den Brokkoli da rübergebracht. Wenn überhaupt. Wenn, dann brauche ich Brokkoli. Nichts anderes. Ich brauche, wenn, brauche ich nur Brokkoli. So. So, da kommt noch eine Kartoffel rein. So, mit Fleisch sind sie alle bestückt. Super. Ein Essen ist sogar schon fertig. So. Nein, 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 nein. Ich habe im Auge, habe ich im Auge, habe ich im Auge. Repariert auch nur ein bisschen, ne? Wir kriegen nicht genug Punkte zusammen. Ne, irgendwie nicht. Ja, auf dagegen zu trampeln, du blöder Saft. Saft. Sie sind aber aggressiv, die Penner da. Sie sind sie auch. Hier, ich schmeiße mal eine Möhre rüber. Ich schmeiße mal eine Kartoffel rüber. Zwei Kartoffeln, zwei Stück. Ich will die Kartoffeln. Du Kartoffel. Also, dann geben sie die Teller nicht zurück. Das ist viel schlimmer. Einmal Möhre, Kartoffel in normales Fleisch. Einmal Hähnchen, Brokkoli, Möhre, Kartoffel. Da muss noch ein Fleisch rein in der Mitte. Normales Fleisch? Ich weiß ja nicht, welches Gericht du fertig machst. Ja, du hast, was du mir angesagt hast. Du hast mich ja wie ein Irrer damit beworfen. Ja, aber du hast ja dann wieder übernommen. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nur gesagt, da muss noch Fleisch rein. So, wir haben... Weiß ich nicht, was? Ist mir auch egal. Hier. Passt. Also, mit Fleisch bestückt ist alles. Ich brauche hier hinten mal Möhre. Möhre, Möhre in die Mitte und eine Kartoffel rein. Ich hämmer mal hier oben. Mitte kann ausgeliefert werden. Ja, 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 ja. Ich hab nicht gehört, dass du da warst. So, was haben wir hier? Einmal komplett, ne? Hier, komm, halt die Fresse. Ich verkaufe einmal. Naja, damit fehlt noch was. Brokkoli, Brokkoli, Brokkoli. Hier. So. Noch ein Brokkoli. Und noch eine Möhre. Ich stell rein. Liegt hier plötzlich ein Teller außerhalb. Keine Ahnung. So, das ist Hähnchen. Das kommt hier oben. Nimm das doch. Ja, ja, ich muss ja immer hier. Nicht du, eher. Der, 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 der Bekloppte da oben. Wir haben kein Geld. Ja, da muss jetzt an den Mann gebracht werden. Die Scheiße. Ich kümmere mich drum. Hier. Dann wirfen wir mal wieder witz. Brokkoli hack ich auch schon mal. Dann kannst du mir wieder was rüberwerfen. Du brauchst auf jeden Fall ne... So, hier ist irgendwas fertig. Naja, einfach für gleich schon mal dann. Okay, ich hol mir ne Möhre. So, wir brauchen einmal das Hähnchengericht. Eins mach ich fertig. Okay, hier musst du noch ein normales Fleisch rein. Ja. Und in die Mitte hau ich Möhre. Ne, Hähnchen. Dann kriegst du von mir ne Möhre. Hast du Brokkoli? Hast du Karotter? Ja, du kannst verkaufen. Nächste kannst du verkaufen. Wer kriegt das? Der, ne? Ich schau mir wieder was ab. Ich kümmere mich drum. Gericht geht gleich raus. So, alle raus. Sehr gut. Ich schmeiß dir nochmal ne Möhre und ein Brokkoli und vor allem ne Kartoffel rüber. Wie viele Kartoffeln brauchst du? Zwei. Das ist noch einer. Bitte sehr. Wir brauchen einmal Brokkoli, Möhre, Kartoffel und sonst nur Kartoffelmöhre. Ist das der mit Brokkoli? Ja. Dann einmal nur normal. Boah, wir müssen hier und da mal ein bisschen reparieren, ne? Ja, ja, ja. So, der ist fertig. Der kann verkauft werden. Der geht raus. Schmeiß dir noch ne Kartoffel und ne Möhre hin. Dann repariere ich da oben. Oh, da kommt was ganz Fettes. Ich verkaufe, ich verkaufe. Da braucht noch ne Kartoffel. Wir brauchen noch ne Kartoffel. Kommt. Ähm, ach du Scheiße. Ähm, Kartoffel, Kartoffel, wir brauchen eigentlich immer nur Kartoffelmöhre. Okay. Das kann verkauft werden. Ähnchen, Kartoffel, Möhre, den machen wir mal hier hin. Oh, die fetten, die... Oh, ja, die hauen richtig rein, ne? Haben wir den mit Fleisch? Der einer kann verkauft werden. Okay. Der geht hier oben hin. Ich mach ein mit Hähnchen. Ich hab einmal Fleisch gemacht. Ich mach noch einen anderen mit Fleisch. Ja. Kannst du mir einmal genau, danke. Noch ne Kartoffel. Dann haben wir's. Wir haben kein Geld. Kann verkauft werden. Ja, wir haben nur noch keinen Teller. Ich nehm den. Ich spür weiter. Ich hol mir wieder was. Nein, noch jetzt. Der braucht noch mal einen. Warte, ist der bescheuert? Ja, der ist fett. Kartoffel? Hast du? Mhm. Ruhlig. Da kriegst du die Durchgänge nicht bezahlt. Da kannst du machen, was du willst. Gespült ist alles. So, ich hol mir wieder was. Ich verkauf. So. Ach, das war's. Oh. Puh. War das anstrengend. So, und das haben wir zum Glück, haben wir die eine Folge nicht verlängert. Weil jetzt haben wir schon neun Minuten für den Spaß gebraucht. Alter, für den Spaß hier. Scheiße, meine Fresse. Boah, das war aber wieder ein Faden auf den Spieler. Das war aber jetzt wieder eine harte Nummer da. Das war aber jetzt auch ein Anstieg vom Schwierigkeitslevel, oder? Ich konnte hier auch, also wir haben ein paar Witze gemacht, glaube ich, mich zu erinnern, aber das war jetzt durchpowern, ne? Ah, die müssen aber flach gewesen sein. Aber das kennt man ja von uns. Schöne flache Witze, weißt du? Gucken wir doch mal Level 1,5. Das kann ja jetzt total einfach sein. Wahrscheinlich jetzt sofort tot. Ach, ich seh schon wieder ne Kanone. Junge, 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 Junge. Das wird aber ein Spaß. Ach, nein. Ich hab's noch einleitend in diese Welt gesagt. Also drück den behaarten Gorilla-Arsch in die Kanone und dann... Fui! Ja, das ist also so ein haariger Regen dann, weißt du? Also Teller und Pfannen sind da drüben. Wir müssen mixen. Das heißt, wir haben Mehl, Ei... Wir machen jetzt entspannt, ja? Bitte. Mehl, Ei, Mehl, Ei. So. Ja, Schokolade brauchen wir nicht. Was sagst du mal an? Normale Frucht, normale Frucht. Genau. Also Fruchtmix. Fruchtmix, genau. So, was machen wir jetzt damit? Wo müssen wir die hin? Die müssen in den Mixer. Ja, dann viel Spaß. Geh mal rein. Alter, Alter, hast du es gesehen? Die Platten bewegen sich. Und du kannst durch das Portal im Zweifel wieder zurück. Nimm das, setz dich rein. Boah. Nimm da oben das Gericht mit. Komm, du... Ja, perfekt. Da kannst du das direkt mitmachen. Mach du mal Schokolade, genau. Schokolade muss gemacht werden. Und irgendwas muss in die Pfanne. Ja, die Schokolade jetzt. Die muss in die Pfanne. Ja, dann... Dann weiche nochmal mit Erdbeere. Äh, hast du schon bestückt? Fuck, wir müssen die Dings da rausholen. Schieß. Und dann nimm die, äh, nimm eine so eine Dings da mit, ne? Ne, was? Was für eine Dings? Genau, genau. Das sollst du mitnehmen. Das sollst du mitnehmen. Legers unten hin. Schieß. Spül. Schieß. 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 Bring dir die rüber, ja? Ja, super. Leg die hin. Spül. Schieß. Wo ist das spülen? Ja. Ah, da. Den musst du abnehmen. Du hast noch Teller. So. Du bereitest vor? Ja, ja. Du kannst hier wieder was abholen zum, äh... Ne? Zum rüberschießen lassen. Genau. Leg die ab. Sauber. Nimm dat mit. Setz dich rein. Hau ab. Wo ist das? Das ist Erdbeere, ist Pfanne. Gib mir Pfanne, Pfanne, Pfanne. Pfanne, Pfanne. Sorry. Boah, sauber. Hol das nächste ab. Schieß. Ah ja, da muss ich aber was machen. Oh mein Gott. Warum bist du so blöd? Mann. Affe. Warum bist du so blöd? Schieß, 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 schieß. Aris. Doch nicht so, du Affe. Ach, Mann. Level ist viel zu schwer. Ach, du bist doof, bist du. Komm, jetzt kannst du's knicken. Ich hab keine Lust mehr. Hier, schmeiß den Mist weg. Willst du direkt von vorne machen? Ja, dann mach direkt von vorne. Hier, jetzt so musst du schießen. Siehste? Mein. Haben wir noch genug Zeit? Länge fallen. Mann, zweimal hintereinander, weißt du? So ein... Ah! Wer mir nicht passiert. Mir nicht. Nein. Äh, äh. Überhaupt nicht. Never, ever. Nein. Wer hätte ich nicht... Ich hätte nicht einfach auf den Knopf gedrückt. Nein, 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 nein. Du schreist wie ein Irrer. Schieß, schieß, schieß. Wer sagt denn da noch... Korte Nungs. Ich werde erstmal achten, wohin ich... Deine Mutter, kümmere dich darum, dass das fertig gemacht wird. Wohin muss ich denn schießen und mit wie viel Einsatz muss ich denn schießen? So, die sind alle bestückt. Ja. Wo ist denn der Vielfrucht? Hast du den? Ja, Vielfrucht ist ganz auf der Seite. Und jetzt nimm den und hau endlich ab, Alter. Komm wieder rüber. Verkauf den nächsten hier. Ich hab'n dir da... Hier, da, nimm ihn. Nimm ihn. Da unten, da unten, da unten. Hau. Und du hast nicht gesagt Pfanne. Junge, ich hab'n Problem, ich hab'n Problem. Schieß, 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 schieß. Oh mein Gott. Alter, wie haben wir das denn geschafft? Boah, wir brauchen einen normalen nur. Einer nur normalen. Den kannst du direkt mitnehmen. Der ist, glaube ich, ja, der ist fertig. Der eine normale ist fertig. Den kannst du dir hier abholen. Wie normal? Was ist normal? Das, das, genau. Nimm das mit und das muss in die Pfanne. Ja? Denk mal an Schießen. Ja, 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 ja. Mach dich bereit zum Schießen? Ja, mach ich. Und... Feuer! So, den haben wir, den haben wir. Den haben wir. So, den ganz linken. Der geht in Pfanne oder? Nee, der geht in den Ofen. Lauf! So, dann haben wir noch einmal Erdbeere. Wenn du kannst, kannst du mich schießen. Und... Tschüss! Hier kannst du wieder was abholen. Nee. Okay, ich leg's so lang. Ich leg's beiseite. Mach's sobald du kannst. Bin da! Super. Den Schoko! Pfanne! Ja, ja. Äh, ja. Und... Los geht's! Und dann direkt wiederkommen. Direkt wiederkommen und den nächsten mitnehmen. Das ablegen. Und das kommt auch in der Pfanne. Da wäre ich jetzt nicht draufgekommen. In die Pfanne. Du hast einen an der Pfanne, ja. Das stimmt. Ja, jetzt bewegt mal deinen Hintern. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, hier, schieß mich sofort, 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 schieß, schieß. Ey, Junge, Junge, das Spiel macht mich fertig, echt wirklich. Komm mal rüber, ne? Naja, nimm das unten in der Mitte. Äh, warte, warte, kannst du schon nehmen, preisest nicht. Du weißt du nicht, Schokolade noch nicht? Das ist ganz rechts jetzt nehmen, sobald es fertig ist, sobald es fertig ist. Nimm, hau ab, in die Pfanne. Boah, ich hätte fast auf Schießen gerückt, dann wärst du untergegangen. Das kenne ich ja nur so von dir. Mach die bereit zum Schießen. Nein, ich brauche Teller. Wichtiger. Ja, komm, jetzt nimmt Teller, schieß. Lauf! Ich muss einmal... Bereite schon mal schön vor, ich kümmere mich. Naja. Naja. So, was kann mit Schokolade? Pfanne? Ja, Schokolade kommt in die Pfanne. Schieß! So. So, ich bringe mal, was ist denn da unten? Kann der mit? Der kann mit, der kann sofort mit. Äh, Ofen. So, dann haben wir die beiden Gerichte auch schon mal fertig. Zack und zack. Du bereitest weiter vor, ne? Ja, 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 ja. Das nächste ist auch schon komplett fertig. So, ich bin da. Nimm Teller mit, nimm Teller mit, hau ab. Komme, gleich. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Den da unten, schätze ich, den Fruchtbrei, der geht in... Ofen. Lauf. Würde ich nie machen. Ich hab's abholen, wenn du willst. Der kommt, äh... In die Pfanne. Da mehr schaffen wir eh nicht. In die Pfanne und... Genau, und jetzt nur noch verkaufen. Mehr schaffen wir eh nicht. Mehr schaffen wir eh nicht. Weil ich müsste sonst noch hier unten was mixen. Ja, nee, das können wir von dir ja nicht verlangen, dass du mal was tust. Nee, 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 hör auf, ey. Hattet ja noch in Arbeit aus. Soll ich den jetzt verbrennen lassen? Nee, ins Wasser werfen am besten. Das haben wir geschafft. Ey, liebe die Typen. Das habe ich Glück gehabt. Ich hätte dir noch einen Beach-Lab gegeben. Ah, weißt du, wenn du mal einmal richtig zielst, dann klappt das auch mit dem Nachtbahn, weißt du? Ja, gut geklappt. Schön, das war ein guter Abschluss. Weißt du, jetzt die Folge davor war Unterlänge, jetzt haben wir Überlänge, siehst du? Unterlänge? Ja, 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 ja. Genau. Ja, guck mal. Warte mal, wo sind wir denn? Du, ne? Ja, du. Ja, ich bin. Ich bin. Aber ich gucke immer gerne dem Zwiebelkönig und dem Wuff-Wuff-Kevin zu, wie die da am Tanzen sind. Ja, weißt du, wir haben hier gewonnen. Endlich haben die Bekloppte. Ich meine, ihr kriegt einen ordentlichen Auflauf zu machen. Das ist wie wenn Schalke Meister wird, ja? Wenn wir das mal endlich schaffen. So ist das. Äh, den vierten Stern interessiert uns ja wie bekanntlich überhaupt nicht, ne? Nö, ich wollte noch, dass wir ansatzweise Freunde bleiben, ne? Auch wenn das schon manchmal kriselt, aber wenn wir die vierten Sterne versuchen, dann sehe ich keine Chance mehr. Ne, sehe ich auch so. Dann gehen wir doch hier einfach zurück. Fertig. Genau, wir fahren wieder zurück, gucken uns jetzt in der nächsten Folge dann die nächste Welt an, die wir uns jetzt gleich mal in Ruhe für entscheiden. Vielleicht machen wir das auch in der nächsten Folge, dass wir uns da spontan für entscheiden. Wer weiß das schon. Ihr werdet es sehen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, äh, kochen. Kochen. Ich hätte fast kochen gesagt, aber ist ja das gleiche bei uns. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.